Was haben wir? Eine weibliche Leiche, ca. 35 Jahre alt. Weiß man genau, was war sie? Ja, sie heißt Deido und ist, äh, nein, war die Königin von Katargo. Königin? Ach du Schande, das hat uns gerade noch gefehlt. Wieso? Na, das gibt Ärger. Hm? Politischen Ärger meine ich. Wie ist sie gestorben? Durch ein Messerstich. Es könnte auch ein Deutsch oder ähnliches gewesen sein. Die Tatwaffe haben wir noch nicht gefunden. Wer hat sie gefunden? Ihre Schwester, die haben sie Belinda. Aber die ist noch nicht vernehmungsfähig. Die steht noch unter Schock. Angeblich hätte sie das selbst. Wer sagt das? Na, diese Belinda? Ich dachte, die steht nur unter Schock. So viel konnte sie also noch sagen. Ja. Wie? Ja, so viel konnten sie noch sagen. Gibt es Zeugen? Außer Belinda? Keine. Das hatten wir auch noch nicht. Eine Königin, die es selbst das Leben genommen haben soll. Merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Und, was meinst du? Äh, was ich meine? Ähm, ich meine, das ist schon sehr, sehr merkwürdig. Na, so merk ich nun auch wieder nicht. Ich möchte gar nicht das Wissens am Königsloch für den Tränen laufen. Was wahrscheinlich ein einziges Schlangen ist. Da braucht man sich nicht erst mal ein Schicksil zu bemühen. Da reizt man die Bunte oder die Gala liest. Aber, Chef, sie lehnt mal nicht etwa die Bunte. Ich nicht, aber meine Frau. Die geht schon mal viel. Sag mal, wie lange bist du schon mein Assistent? Äh, schon eine ganze Weile. Und? Hab ich dir nichts beigebracht? Doch schon, aber bei Königs hab ich noch nie erwischt. Ich auch nicht. Also, selbst siehchen. Ja? Was? Wer? Zwei Praktikantinnen? Was will ich denn mit zwei Praktikantinnen? Was? Fertig ausgebildet? Naja, wenn's denn sein muss. Ist das, Chef? Man schickt uns zwei Praktikantinnen. Angeblich fertig ausgebildet. Wieso machen fertig ausgebildet Leute ein Praktikum? Kannst du mir das erklären? Ja. Haben sie noch nichts von der Generation Praktikum gehört, Chef? Das ist jetzt der Leuchte drin. Na, toll. Also, machen wir uns dann die Arbeit. Du weißt es, Tumma. Das ganze Prozedere. Ach ja, und sieh doch mal nach, ob wir diese Belinda schon vernehmen können. Hallo, da sind wir. Wie? Ich bin Silvia Dietrich. Sie können mich aber einfach Didi nennen. Die Praktikantin. Wer? Wir sind schon ganz aufgeregt. Was? Wow. Wissen Sie, das ist unser erster Fall. Mein Name ist übrigens Dorothea Dürr. Meine Freundin nennt mich Dodo. Didi, Dodo. Ihr seid ja schneller als ihr Polizeierlobt. Da er mitleicht zum ersten Mal im Leben an einem Königshof. Und dazu schickt man mir zwei Praktikantinnen. Ich fass es nicht. Hier ist sie, Chef. Belinda. Ja, gut. Okay. Darf ich sie einfach Belinda nennen. Ja, natürlich. Belinda, könntet ihr uns über die Geschehnisse erzählen? Ich meine, was ist passiert? Man ist so schockiert. Ich verstehe das alles nicht. Sind wir das da ungefähr so? Oh. Okay. Okay.